Füllen nach sieben. Sonne satt. Keine Wolken heute. Das deutet normalerweise auf Wind hin. Um halb sechs wurde oben wieder gescheuert. Tauben sind natürlich auch unterwegs. Also so richtig schlafen müsste das sieben war natürlich nicht. So Wettercheck und Kaffee. So auf geht's. Ein bisschen später als gedacht. So jetzt wird der Roboter noch gestartet und dann geht's zum Flughafen. Boah ist das schon warm. Aber ja wir haben halb neun. Eigentlich wollte ich vor zehn Minuten los. Viertel Stunde. Aber was soll's. Ich komme auf jeden Fall noch pünktlich. Von daher alles gut. So ein Flug vorbei. Super warm. Jetzt kommt der Fuel Truck nicht dran. Meine Passagiere sind fertig. Ich bin fertig. Und der Fuel Truck kommt einfach nicht. So zwei Flügel vorbei. Lunchpause. Gerade mit Deutschen geflogen. Gibt natürlich Niedriggelder. Na ja. Egal. Berliner. So ist es Viertel nach vier und es geht nach Hause. Das Wetter sieht nach Regen aus. Das heißt ich kann mir eventuell das Gartensprengen sparen. Was ich allerdings immer eigentlich mache mit den Handlungen. Und da muss ich mal schauen. So. Der Fernando hat heute einen einzigen Flug. Und morgen der Schedule. Zwei Flüge. Insgesamt. Auch im Schedule. Von zehn bis elf und elf bis zwölf. Das war's. Fernando hat morgen sein Extratag. Und natürlich nur extra bezahlt, wenn er noch extra fliegt. Aber der hat keinen einzigen Flug. Und ich hab zwei Flüge morgen. Und bin um zwölf Uhr fertig. Am Montag ist bisher nur ein einziger Helikopter gebucht mit fünf Flügen. Da kann natürlich noch was drauf kommen. Und der Koji wäre die Nummer eins. Das heißt ich wäre auf Standby zu Hause, wenn es so bleibt. Aber ich gehe mir davon aus, dass da noch eins oder ein bisschen drauf kommen würde. Okay. Auf dem letzten Flug hatte ich ein Pärchen vorne sitzen. Die haben genau eine Stunde bevor der Flug losging geheiratet. Und die hatte ein bisschen Champagner getrunken mal. Das ist allerdings nur ein Glas. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall hat die so abgekotzt auf der zweiten Hälfte des Fluges. Die hat die komplette Tüte vorgemacht. Aber gut. War trotzdem nice Flug. Gab ein kleines Trinkgeld. Weiß ich noch nicht, was es ist. Briefumschlag habe ich noch in der Tasche. Und ja, jetzt geht's nach Hause. Und dann muss ich mir überlegen, was ich esse. Ob ich was esse. Und ja, eventuell buche ich einen Flug von meinen Eltern nach Hawaii. Okay. Da muss ich mal schauen, ob ich da fündig werde. Aber ich glaube, da habe ich schon was gefunden. So, jetzt geht's jetzt mal nach Hause. Entspannen. Nach dem Flug gucken. Eine Serie schauen. Alone Frozen habe ich gestern noch angefangen. Und ja. Und dann muss ich dem Christen noch Bescheid sagen, dass ich morgen um 12 Uhr Feierabend habe. Der will morgen an den North Shore, eventuell, nee, der ist heute noch zum North Shore gefahren. Über Nacht will der da bleiben mit der Freundin irgendwie. Und dann kommt der morgen irgendwann zurück und dann wollten wir eigentlich surfen gehen. Aber wenn ich natürlich schon um 12 Uhr wieder Feierabend habe, dann ist das natürlich viel zu früh. Na ja, mal sehen. So, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber bei den beiden Flügenbogen ist es geblieben zwischen 10 und 12. Da kann natürlich morgen noch ganz kurzfristig was drauf kommen. Aber so, die restlichen Rippen. Die mache ich mir gerade warm. Und dann Liegestütze. Handeln ab ins Bett. Also duschen natürlich noch. Kaffee vorbereiten, das mache ich jetzt. Und na, gucke ich mir noch eine Serie an. Alone Frozen wahrscheinlich. Wir haben mittlerweile schon... Boah, was haben wir denn? Ach ja, da läuft gerade der Timer runter. Ich glaube so halb acht. Ich bin mir nicht sicher. Ey, muss ich das raten? Jetzt bin ich gerade nochmal am Buchen. Das hat Stunden gedauert. In Euro 2690 Dollar. Wenn ich umstelle auf Euro, dann kostet es 1796. Wie ist das möglich? Dass das 900 Unterschied ist in Preis, obwohl Dollar und Euro genau dasselbe wert ist. Hä? Ja, hätte ich jetzt gebucht, aber ich habe ja nur eine Kreditkarte, mit der ich einen Dollar zahlen kann. Ansonsten kommen da noch tonnenweise Gebühren drauf. Ey, was? Wie kann das sein? Muss ich das raffen? Das Einzige, was ich umstelle... Boah, dieses Baby macht mich gerade wieder total wahnsinnig, Mann. Dieses Gejaule. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber es ist schlimm. Ey. So, jetzt gibt es Abendessen. Das gleiche nochmal wie gestern. Die restlichen Rippen mit Salat. Und dann kann ich auch nicht duschen gehen. Wir haben mittlerweile... Was haben wir denn jetzt? 8 Uhr. Ja, höchste Zeit. Kurz vor 9 Uhr mittlerweile noch ein Video zusammengeschnitten. Denn das dauert ja immer eine Weile, bis das konvertiert ist. Das ist wieder 14 Minuten lang. Und das dauert 1 Stunde 16, bis es durch ist. So, jetzt kann ich nicht duschen gehen. Zähne sauber machen. Die hängen wieder voller Rippenfleisch. Ja, 10 Minuten... 10 Minuten... 10 Minuten... 10 Minuten... 10 Minuten putzen. Und dann gucke ich mir auch die Serie zu innen an. Und in 2 Stunden muss ich ins Bett. Ja, morgen 2 Flüge. Und dann muss ich mal wirklich gucken, ob ich dann irgendwo surfen gehen, den Chris treffen. Mir wenigstens mal die Finnen dran bauen lasse. Aber der wollte erst am Nachmittag zurückkommen. Und weiß ich nicht, ob ich da irgendwo abhängen soll. Und auf den Warten und so weiter. Oder dann abends dann nochmal hinfahren. Und dann morgen früh wieder. Je nachdem. Es kommt darauf an, wie das Wetter ist natürlich. Ob sich das Schedule tatsächlich nicht mehr verändert morgen. und wie das Schedule am Montag aussieht. Denn mittlerweile oder bisher sieht es so aus, als hätte ich Montag einen Standby-Tag. Also muss weder aufstehen noch dahin noch sonst was. Dann könnt ihr abends und am Montag ruhig nochmal irgendwo hin. Wenn da nochmal ein, zwei Flüge drauf kommen, dann eher nicht. Aber das werden wir alles morgen sehen. Morgen Sonntag, staufreies, zur Arbeit fahren wir zurück. Nice. Duschen war ich endlich. Also mit den Flügen hier, Düsseldorf, Honolulu, ey. Sehr seltsam alles. Aber gut. 24,5 Stunden hierher, 21,5 zurück. Und Eurowings hat super schlechte Kritiken. Das sind die kurzen Flüge. Und United Airlines hat auch nicht die besten Kritiken. Aber wie gesagt, das sind ja meistens Weine und Heule und wie auch immer, die sich da immer beschweren online. Das heißt, da kann man jetzt nicht so viel drauf geben. Und ich weiß nicht. Ja. Jetzt sind wir schon mittlerweile 20 vor 11. Jetzt muss ich gleich ins Bett.